Die drei goldenen Regeln der Selbstliebe Regel Nummer 1 Mach dich selbst zur Priorität Nummer 1 Denke immer daran, du kannst nicht geben, was du nicht hast. Lass dir nicht von anderen einreden, dass das egoistisch sei. Erst wenn es dir selbst gut geht, kannst du auch für andere da sein. Regel Nummer 2 Hilf, weil du es willst und nicht, weil andere es von dir verlangen. Hilf anderen nur dann, wenn es dir selbst gut geht und du helfen willst und nicht, weil es von dir erwartet wird. Stell dir die Frage, habe ich selber gerade genug Energie, um dieser Person jetzt zu helfen? Regel Nummer 3 Bau dich innerlich auf, jeden Tag. Meistens reden wir innerlich total schlecht von uns selbst. Überlege dir stattdessen, warum du toll bist, so wie du bist und sag dir selber, ich liebe mich, weil... werdetst dutoi Southen auf, jeden Tag. noch mal ist, werdetst du dir temperatures beigem $ 5 an. Tärke dir einfach nicht, sondern mir nicht? Wie wir erst machen, was ich zum Beispiel dieses années Victim chrome? Vielen Dank.